Weißt du, ich hab mich oft gefragt, warum wir überhaupt Kinder in die Welt setzen. Und der Schluss, zu dem ich gekommen bin, ist der... Es kommt ein Punkt in unserem Leben, an dem uns klar wird, dass die Dinge so irreparabel kaputt sind. Dass wir uns sagen, wir fangen neu an. Ganz von vorn. Also bei Null. Und wir bekommen Kinder. Kleine Kopien von uns, denen wir dann erklären können, du schaffst das, was ich nicht konnte. Du hast Erfolg, wo ich gescheitert bin. Weil wir wollen, dass es diesmal jemand richtig macht. Aber ich nicht. Ehrlich gesagt, ich kann's kaum erwarten, zu sehen, wie das Leben dich zerreißt. Inja... Wer bist du? Du hättest doch eigentlich mich lieben sollen, oder? Aber... Aber deshalb...